Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, ich befehle dir, nenn mir deinen Namen! Im Namen Gottes unseres Herrn Jesus Christus, schau in den Kopf! Und Schnitt! Sehr gut gespielt. Gute Arbeit. Den muss ich dir leider abnehmen. Ja? Achte auf den Monitor und tu, was ich sage. Okay, los geht's. Und, drei, zwei... Ab jetzt arbeiten wir ohne Script. NOOOOO!